Wir haben 3-1 gegen Bremen gewonnen, Huruk für den jungen Brasilianer im unmittelbaren Vergleich, den 27-jährigen Ägypter, der von sich selbst sagt, dass er beidseit extrem effektiv zum Ende des ersten Satzes, ein Aufschlagspiel. Und wieder ist es Assar nicht ganz wichtig für Assar, die Variante von Assar mit Längen eher zu agieren. Auch da wieder! Rano mit 2-0 in Führung zu gehen und da wieder! Ja! Das ist systematisch! Sollte das gelingen, haben wir vielleicht ein ganz anderes Spiel. Aber... Ja, und guter Rückschlag. Es sind bereits schon wieder 3 Punkte Rückstand. Verzeihung. Anderen kleinen technischen Fehler. Aber wir haben es korrigiert. Es steht tatsächlich 4 zu 6. Und viel wichtiger ist doch, dass der Sport einfach spitze ist. Was war das denn bitte da für ein Skylop? Und dann wieder die Bombe dagegen. Jetzt ganz wichtig. Ist das vielleicht nochmal ein Gamechanger? Jawohl! In die Front! Und da ist es gelungen! Die Quote nachgelassen bei Calderano. Trotz alledem im Verhältnis hat... Assar bleibt... Calderano jetzt auch zum allerersten Mal gerade mit dem Fehler. Mit der Rückhand. Sieg war... Vier Punkte jetzt vor. Stabil. Buff! Aus der Mitte! Mit dem Lucky Punch. Hier jetzt mit diesem abgeklappten Vorhandschutz. Alla Harimoto. Wird der erste...